Oh nein! Ein Geat! Oh wei! Was zum... Was passiert hier? Aber das ist eine Liege! So, ich sage... Äh, ja. Okay. Liebe! Sohn! Treffen sie sich! Ja! Damit sei gewusst, meine Nebenzwerge genommen habe ich zu einem neuen Pracht. Mini-Kraft-Story-Bond mit dem Zwängen-Fürst. Und weiter geht es in der Storie, würde ich sagen. Äh, oh! Enderman innerhalb der Gebäude. Oh shit! Genau so! Oh crap! Das sieht gar nicht gut aus. Ja, schnell weg da! Okay, wo sind wir? Ja! Immer noch hier drin! Dahinten sind die Endermen! Ja! Boah! Der Kerle kannst du nicht auf einmal bewirzen. Ähm, nein, ich weiß nicht. Zerstören wir den Brunnen. Das könnte eine Option sein. Und dann zerstören das Teil. Block für Block abtragen oder was? Hier in Enderman. Ja! Ihr schaut von hinten aus zu. Ihr Kameradenschweine. Keiner. Keiner will mir helfen. Und ich muss hier alleine. Unterwegs sein. Na komm! Das schaffen wir doch. Das schaffe ich. Komm ab zum Brunnen. Versuche hier zu sterben. Guter Tipp. Und ich werde ihn berücksichtigen. Also Block für Block abtragen. Wie ist sich für ein wahren Enderman. Gehört. Aber die sind wohl nicht wasserresistent. Ja, da sind noch ein bisschen mehr von der Resort. Ja. Soll niemand sterben. Das ist schon richtig. Sonst sollten wir. Nach Möglichkeit verhindern. So jetzt langsam hindurch. Mit meinem Enderman. Sweet. Sweet. Und durch die. Die. Enderman Reihe. Oh. Dachchen. Ich bin einer von dir. Hallelöchen. Ich bin nichts böses. Brunnen Nummer 2. Block für Block gebaut. Zack. Was ist das für die Enderman. Und weiter. Immer weiter voran. Irgendwann kommt man ins Ziel. Ja. Okay. Wie schauts aus. Au. Wir sind überall. Das sieht nicht gut aus. Ähm. Senkt den Blick und voran würde ich sagen. Na komm. Das kriegen wir hin. Polonaise. Ja. So siehts aus. Eine kleine Polonaise. Und leise Polonaise. Ganz leise. Ganz still. Hier fliegen gleich. Die Löcher aus dem Käse. Denn so geht sie hinaus. Unsere Polonaise. Ganz langsam. Leute. Ganz ruhig. Ganz langsam. Umkehren. Äh. Okay. Habe das falsch gemacht. Oh. Oh. Oh shit. Ja. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Oh oh. Oh oh. Er ist gar nicht ruhig. Ah. Schnell ins Wasser. Ah. Ah. Hopps. Y. Projektame Event. Rein da. Rein da. Rein da. Rein da. Die können scheinbar nicht ins Wasser. Hopps. Iron. Aha. Na dann mach mal. Gehen da. Ja. 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 Scheinbar nicht schwimmen. Was haben wir jetzt gedacht. Und lösen wir jetzt so die Springkleranlage. der Abyss. Oder. Beziehungsweise den Wasserturm. Na dann. Ja dann. Wollen wir mal. Das Enderman Treiben beenden. Das ist immer den Enderman ein Ende. Ja. Hoffentlich viel. Viel Wasser. Okay. Das sieht gut aus. Oh. Schwimmstunde. Oha. Müssen wir ein bisschen schneller sein. Ab zur. Ne. Was mach ich denn. Achso. Da runter musste ich. Uh. Terewater Party. Guck mal hier vor wie in Mario 64. Am Zufalltür runter. Na komm. Ha. 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 Wir müssen Gabriel retten. Jetzt haben wir einmal die Chance dazu. So. Rein. Rein jetzt hier. So. Durch da. Scheint so als hätten wir es diesmal geschafft. Und hätten wir diesmal nicht versagt. Normalerweise mit Kriegtem Events. Das ist bei mir irgendwie ein bisschen blöd. Oh. 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 wie hießen die nochmal? Golems, genau so. Golems hießen die. Die Steingolems, die uns den Weg freimachen. Beschützer. Die Golems werden uns nicht angreifen oder? Unsere Beschützer oder was? Oh, das sieht nicht sehr schön. Okay, das sieht gut aus. Gut für uns, nicht gut für den Zombies und Monster. Die sind jetzt nicht mehr so gut dran. Wir brauchen nur die Formelderbombe. Nichts anderes anfassen. Nur die Zutaten. Und du sagst das, Jesse. Der Axel wird das nicht vergessen jetzt. Tut mir wirklich leid, aber wir können hier nicht noch dies und das und jenes hier klauen. Wir nehmen uns das mit, was wir benötigen. Wäre nicht. Ganz einfach. Hm. Wir sollen uns also bedienen. Na dann. Mal schauen, ob wir alles zusammenkriegen. Hier ist eine Truhe. Da ist was drin. Aha. 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 Was haben wir denn jetzt? Da sagst du was. Ja. Du gibst dein Business. Ich weiß, du kriegst das hin. Panck? Panck? Hä? Wer ist denn hier Panck? Sei es, wann heißt einer von denen Panck? Hm. Die Krankheit. Sie zerfrisst ihn. Und lasst uns erstmal die Formelderbombe bauen. Genauso. Ich hoffe, das wird was. Ich hoffe, Gable. Der wird wieder. Der soll wieder gesund werden. Den brauchen wir noch. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Die Petra haben wir schon verloren. Da wollen wir nicht auch noch eine Nebengebel abschieben müssen. Abschreiben. Abschreiben müssen. Och Mensch. Ja, mein Kürz. Aber die brauchen wir erstmal nicht. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht wenn wir hier noch ein paar Zutaten. Ein paar Zutätchen. Ja. Und ist auf jeden Fall was. Ob es drast ist, was wir brauchen, weiß ich nicht. Aber vielleicht bringt es uns doch was. Schießbewahren wir also. Wow. Super TNT. Ähm. Lass uns die vollen Münderbombe bauen. Ich stehe jetzt sehr heftig darauf. Ich patentiere schon gut, aber wir brauchen eine starke Bombe, die den enorm an den Münderstorm besiegen kann. Ja. Das krieg suche ich noch gekraftet. Das dürfte in Ordnung sein. Gib mir eine Kraftbank. Und auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Wir zerstören den Münderstorm. Das ist ja wohl ganz klar. Und wir haben nichts anderes damit vor. Oh oh. Und wie kommt denn der Enderman jetzt hier noch hin, der etwas überlebt. Nein. Ruben. Nein. Zu Loren. Ähm. Wir müssen erst mal craften. Machen wir das unterwegs oder was. Oh nein. Okay. Ruben ist drin. Den geht's gut. Alle dabei. Alle drin. Lucas ist drin. Olivia ist drin. Exel ist drin. Ich bin drin. Und wo ist der Münderbombe dabei sein. Hoffentlich. Ruben. Pass auf dich auf. Oh oh. Sie fliehen noch. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff oder was. Oh. Das sind die anderen. Na dann. Ähm. Wollt ihr euch uns anschließen? Da ist der Ohr und der Steins wieder zusammen. Und Gabriel. Elegant. Magnus. Und so on. Huh. Ausweichen. Ui. Der Fliegerrückstoß. Von Quigbaum. Ja. Die rennen weg. Die rennen vor etwas größeren weg. Zeit für die Vermöderbombe. Genau. Auf geht's. Keine Zeit für wieder. Wir kennen. Wieder keine Lerngespräche. Wieder sehen's. Wir müssen da was machen. Oder jetzt zu gehen. Du sagst das doch. Oh. Das hatte ich jetzt nicht berücksichtigt. Explodiert innerhalb von wenigen Sekunden. Ja. Hm. Ja. Der Held der sich opfern muss. Schaut so aus. Ob ich jetzt hier wieder. Deben. Der hinhalten muss. Nein. Wir werden keine Hölzchen ziehen. Ich werd's machen. Gibt es denn keinen freiwilligen? Ich frag mal so um die Runde. Ah ja. Jetzt kommen die Probleme. Jetzt die Rückenprobleme mit den Gelenken. Ah ja. Das ist halt so ein bisschen. Der andere hast den Husten. Der andere hat den Schnupfen. Dem andere geht's übel. Das würd ich den da machen. Dann würd ich das machen. Bleib mal wieder an mir hängen. Der liebe Jessie muss mal wieder an den Helden spielen. Dazu sag ich jetzt mal nichts. Jetzt bieten wir alle ihre Rüstungen an. Und ihre Hilfe. Eleganz Rüstung und Magnus Rüstung. Tut mir leid Magnus. Ich hab dich schon so oft abgelehnt. Aber Eleganz Rüstung sieht cooler aus. Die entspricht mir viel mehr. Mit ihrem rot. Mit ihrem gelten Gold. Und dem braun. Sei zwergenmäßiger. Tut mir leid Magnus. Hat dich schon so oft abgelehnt. Es tut mir leid. Egal das ist viel mehr mein Link. Na komm. Die Rüstung an und los. Ja nice. Sieht doch gut aus. Bild 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 Bild. Genau. Auf geht's. Ich bin mit Eleganz Rüstung ausgerüstet. Auf geht's. Und wer denn nur das Traum besiegen. Auf geht's. Can't stop the Widow. Auf hee. Mit der Form mit der Bomb. Das wird schon irgendwie klappen. Das wird gecraftet. Na los Jesse. Na los. Was machst du. Auf geht's. Den Freunden wird schon nichts passieren. So. Wie war das Rezept. Super TNT in der Mitte. Und jede Menge Schießpulver drumherum. Schießpulver hier. Schießpulver da. Schießpulver dort. Ich hoffe das ist das richtige Rezept. Und ich habe mich nicht verlesen und verhört. Dann noch ein TNT in der Mitte. Nein. Schießpulver dort. Und zack. Komm mit der Bomb. Wird gecraftet. Nein, 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 nein. Ich war noch gar nicht fertig. Ich muss jetzt in der Luft weiter craften. Okay. Huha. Die Stücke einsammeln. Huha. Den Baum ausweichen. Schwebender Baum. Hu. Super TNT. Super TNT. Aufpassen. Ui. Komm elegant geht's gut. Ihr wird das überleben. Wir haben hier eine große Mission. Jetzt wird hier im Schweben gecraftet. Okay. Super TNT in die Mitte. Ist gar nicht so schwer. Schießpulver hier. Schießpulver da. Schießpulver dort. Da. Dort. 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 Da. Und. Hoch. Dort. Auf geht's. Komm, 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 komm. Formelabob. Da war's. Na komm. Nimm das. Auf geht's. Formelabomb. Rein mit dir. Und. Ja. Über das Klampen. Da musst du rein. Rein mit. Rein mit der Formelabomb. Rein in über der Storm. Und. An dieser Stelle werde ich mal ganz fies einen Cliffhanger machen. Dürfen. Darf ich noch oben. Soll es euch gefallen haben. Lasst einer mal da, wenn ihr neu seid. Weiter geht's im nächsten Part. Haut darinne. Ciao, ciao. Ich weiß, dass es ein bisschen unfair und ein bisschen gemein war. Man sieht sich. Bis denne. Und. Bis denne. Schöne. Untertitelung des ZDF, 2020